mit mir an. Dort gibt es mehr spannende Tipps und Tricks rund um die Themen und wenn du eine persönliche Frage hast zu deinem Equipment, zum Beispiel, welches Equipment du dir holen sollst oder du dir nicht ganz sicher bist, dann schreib mir da gerne eine Nachricht, aber unbedingt immer erstmal folgen, dann schreibe ich in der Regel auch relativ schnell zurück, sofern es mir möglich ist. Also, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich mit Autotune diesen Effekt zu erstellen, den ich euch gerade gezeigt habe. Ich zeige es dir an der Stelle nochmal. Es geht hier gerade um dieses Ende, diesen Vibrato-Effekt. Das wurde natürlich nicht so gesungen, ohne Autotune klingt das Ganze so. Also relativ stabil den falschen Ton gehalten und mit Autotune klingt es halt so. Genau, also wie kriegen wir das jetzt hin? Das ist jetzt die spannende Frage und dazu braucht ihr eigentlich nur Antares Autotune Pro an dieser Stelle oder ihr nutzt wie in dem Fall die Universal Audio Autotune Realtime Advanced Version und alles was ihr machen müsst, egal ob ihr jetzt das normale Autotune Pro nutzt oder hier die Autotune Realtime Advanced Version von Universal Audio, ihr müsst dann hier oben den View aktivieren, nämlich den Advanced View aktivieren. Das ist erstmal ganz wichtig. Natürlich müsst ihr auch die richtige Tonleiter erstmal rausfinden, aber wie das alles funktioniert, das wisst ihr ja schon aus meinen anderen Videos. Falls nicht, könnt ihr euch die hier nochmal anschauen. Ich werde die nochmal verlinken in dem Video. Und wenn wir das rausgefunden haben, dann konzentrieren wir uns quasi hier auf diesen Vibrato-Bereich. Denn das ist alles, was uns an dieser Stelle interessiert. Was ihr dafür machen müsst, ist das am besten auf Sine Wave zu stellen und dann kommt es halt ganz darauf an, wie schnell ihr das haben wollt, wann es einsetzen soll. Aber die wichtigsten Sachen sind eigentlich hier an dieser Stelle Rate und Pitch Amount. Damit könnt ihr diesen Effekt am meisten formen. Onset Delay und Onset Rate sind dann noch interessant, wenn ihr das zu einer bestimmten Zeit erst reinfahren soll, also dass es nicht gleich so wackeln soll. Und ich loop jetzt mal hier hinten diesen Ton einfach. Und hier habt ihr es ja, ihr hört es schon. Ich mache es nochmal aus, das Vibrato. Dann ist der Ton relativ gerade und langgezogen, ohne Bewegung. Und sobald ich hier Sine Wave einstelle, der hört ihr es schon. Und das klingt eigentlich schon sehr gut. Und wie gesagt, was man jetzt hier noch ändern könnte, wäre den Pitch Amount. Ich übertreibe es jetzt mal einfach mal zur Einstellung. Ja, dann kriegt man so ein bisschen diesen Talkbox-artigen Effekt, nenne ich es jetzt mal. Und genauso wie die Rate, das ist dann auch deutlich schneller oder langsamer. Das Schöne ist, man kann das alles automatisieren. Und das würde ich euch auch an der Stelle empfehlen. Denn diesen Effekt, wie gesagt, kann man erst mal so lassen. Aber ihr wollt das nicht die ganze Zeit haben. Also wenn ihr das jetzt hier die ganze Zeit habt. In dem Fall funktioniert das, weil hier vorher nicht so viel langgezogene Töne sind. Und diese Onset-Delay- und Rate-Geschichten relativ lang eingestellt sind. Dadurch kommt dieses Vibrato immer relativ spät. Wenn ihr jetzt aber den Fall habt, dass ihr öfter mal einen langen Ton haben wollt und das nur an einer speziellen Variante hören möchtet, dann solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr eine Automation baut. Und die könnt ihr hier jetzt in Logic zum Beispiel einfach mit A drücken. Dann kommt ihr in dieses Automationsfenster. Und dann geht ihr auf Universal Audio Autotune oder das Autotune, was ihr dafür benutzt. Und dann geht ihr auf Vibrato Shape ist das. Und wenn wir das auswählen, würde ich euch empfehlen, jetzt hier die ganze Zeit seht ihr es No Vibrato, No Vibra. Und ab dem Punkt wollt ihr es. Und hier seht ihr Sine Wave. Wenn ihr jetzt höher geht, dann bekommt ihr noch die anderen Möglichkeiten, wie Square Wave und Sawtooth. Das wollen wir nicht, wir wollen nur Sine Wave. Und wie gesagt, wenn wir das hier auf No Vibrato lassen, dann ist es ganz normal langgezogen. Und wenn wir das Sine Wave aktivieren, dann klingt es so. Also, das ist es. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Wenn ihr das nächste Mal mit Autotune agiert und genau diesen Effekt erstellen wollt, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob euch das gefallen hat. Was ihr als nächstes sehen wollt, was für einen Effekt ich euch zeigen soll. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt den Ganzen auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Hilft natürlich, das Video auch zu verbreiten, unterstützt mich. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, solltet ihr das auf jeden Fall tun, wenn ihr mehr Tipps, Tricks rund um die Themen Musikproduktion, Mixing und Mastering haben wollt. Und wer mir noch nicht auf Instagram folgt, solltet ihr das auf jeden Fall tun. Denn dort gibt es weitere Tipps. Und wie gesagt, wenn du da mal irgendwie eine persönliche Frage hast zu deinem Equipment, was du dir da holen solltest oder welche Empfehlung ich dir vielleicht für dein Studio geben kann, dann kannst du mir da auf jeden Fall schreiben. Aber wie gesagt, auf jeden Fall folgen. Denn sonst dauert das auf jeden Fall deutlich länger mit der Antwort, wenn dann überhaupt eine kommt. Also, wenn du noch nicht mit deinem Mix zufrieden bist, dann kann ich dir meine fünf besten Mixing-Tipps ans Herz legen. Die bekommst du in Form eines Newsletters, beziehungsweise überhaupt meine besten Mixing-Tipps. Aber am Anfang, wenn du dich für diesen Newsletter anmeldest, bekommst du direkt meine fünf besten Mixing-Tipps auf einen Schlag und danach wöchentlich einen weiteren. Das heißt, das Wissen kommt immer zu dir nach Hause. Jede Woche bekommst du einen Tipp, den du dann in deinem Studio anwenden kannst. Also, falls das interessant für dich ist, dann melde dich unbedingt da an. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Ich bin Philipp von abmenschnell.de. Ciao.